hi zusammen farbstoff hier ja willkommen zu einem neuen video und zwar heute zu einer erklärung ich kriege die frage auf farbstoff wie benutze ich den rs elper er funktioniert nicht mehr ich habe fehler und a und o deshalb heute dieses video worum geht es und was ist eigentlich passiert ganz einfach der rs elper explodiert in sachen download anzahl ja wir haben so einen hohen counter bekommen dass uns die ganzen server die günstigen update server anbieter webposter wir den service gekillt haben und gesagt haben also mit so einem traffic kommen wir nicht klar und deshalb auch mal diese meldung not locked in und etc jetzt haben wir einen computer member ein computer manager ein community member der mir netterweise einen server zur verfügung gestellt hat der bedeutend schneller ist gut und zugriffszeitpunkt hat und 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 also da passt einfach alles ja zeitpunkt gute zugriffszeit also guten ping etc daraufhin habe ich natürlich auch gleiche arbeit gemacht mir alles umzuschreiben um das für euch auch einfacher zu machen jetzt gibt es zum beispiel von chosen schon video wo man sieht wie man den updater benutzt kurz anhand habe ich mir jetzt aber gedacht noch mal nachträglich den updater schmeiße ich komplett raus und wir lassen den rs elper alles automatisiert machen inklusive cac checks etc also was müsst ihr jetzt tun um den aktuellen helper zu machen benutzen ganz wichtig thema nummer eins ist wird immer gefragt was soll ich jetzt tun bevor ich starte also das erste ist ich empfehle euch löscht den alten helper löscht auch die verknüpfung auf dem desktop killt sie macht die verknüpfung weg denn die für meistens zu alten ordner dann erstellt ihr euch einen ordner irgendwo programm ihr könnt da machen wie ihr wollt könnt da tools was ich rs elper nennen und wie auch immer dann ladet ihr euch das pfeil runter in diesen neuen ordner rein in einen leeren ordner am besten oder in den aktuellen ordner wo es installiert habt überschreibt die alte rs elper exe könnt ihr auch machen dann bevor ihr die rs elper exe anklickt damit ihr nicht irgendeinen typen unterlauft der euch da eine falsche rs elper exe unterjubeln wollt prüft bitte und zwar hier zeige ich euch kurz auf virustotal.com heißt die seite ja also ich verlinke euch den link da drunter noch da seht ihr hier ich habe meine rs elper exe getestet hier seht ihr rs elper und die wird dann durchgeprüft und von allen undetektet da könnt ihr hier oben auch den code vergleichen der muss der gleiche sein wie von der version die ich euch hochlade oder beziehungsweise der gleiche sein es muss einfach nur über alle technischen das wollen wir haben weil wenn die version erneuert wird dann ist es hier oben anderer code also prüft bitte bei virustotal.com diese version einfach auf die seite gehen fall reinziehen und dann kurz warten so danach wenn ihr das in dem ordner habt dann sieht euer ordner ja im prinzip völlig leer aus und zwar sieht er dann so aus ihr habt einen völlig leeren ordner mit der anwendung und das war's was jetzt nichts anderes tun müssen ist einfach diese anwendung starten ihr klickt da drauf bestätigt das und dann öffnet sich hier die seht schon dieser nette rs elper und er lädt euch automatisch alle files runter die ihm bekannt sind und prüft sie auch auf chc checks das heißt jedes mal wenn der helper gestartet wird prüft er die files vergleicht er mit dem auf den server ist eins nicht korrekt oder eins erneuert worden lädt er sich das automatisch runter das geht auch für den rs elper selber das schöne ist ich habe das jetzt so programmiert er macht jetzt folgendes er wird alle falls runterladen sowieso und macht dann einfach weiter ist der rs elper an sich erneuert worden dann erstellt ihr eine kopie von dem runtergeladenen file das heißt dann rs elper new.exe und wird die automatisch die alte löschen die neu rein kopieren und dann wieder erneut den rs elper starten das macht er alles alleine das braucht ihr nichts mehr ich wollte einfach nur den rs elper starten ich denke dass dieser update prozess jetzt bedeutend einfacher ist als der vergangene und damit solltet ihr auch das problemlos sein dass hier die falsche update der version benutzt und 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 denn der rs elper kümmert sich selber darum ihr seht das geht relativ schnell das sind viele files die wir runterladen also sind nicht nur ein paar das ist ordentlich falls die herunter klatscht und dann sehen wir jetzt hier wenn wir zum beispiel reingehen da haben wir die ganzen artefakt bilder da haben wir hier sind keine ahnung alle champions die wir drin also ein haufen sind das ja es ist eine menge so jetzt ist er gleich durch erledigt dass ich noch die ganzen dl runter die er braucht und fertig und danach startet er ganz normal den helper perfekt was will man denn mehr so das ist ja schön jetzt haben wir den helper gestartet wird startet da noch mit wir schließen den helper jetzt gleich weil wir wollen aber was anderes machen so lassen wir mal offen jetzt ist so es kommt ein neues rs elper extra aus dann passiert folgendes ich lösche jetzt mal raus und kopiere euch mal eine alte rein damit er sieht wie das abläuft wenn wir starten die jetzt und dann sieht das schon an dem fahrt ist ganz anders außer liegt steht hier oben die anzeige was er downloadet das habe ich jetzt geändert und erwartet ist folgendes er schließt er fragt dann darf ich die kopieren sagt man ja und dann kommt so ein kleines fenster close und start also restart und dann startet einfach mal mit der aktuellen version fertig das war's ihr braucht nichts machen das geht alles automatisch das heißt einfach also jetzt wenn jetzt noch jemand sagt er kriegt das nicht hin ja da weiß ich auch nicht was man machen soll dann weiß ich nicht mehr ob man da noch irgendwie helfen kann so wenn wir dann dabei sind kommen wir vielleicht zum nächsten punkt ist zwar immer dass wenn ihr dann den macht dann einen mann und die kriegt dann alle daten ihr wisst ja also ich mache jetzt mal schnell geben und begeben als ein punkten mann mann statt sondern die fb ist hier geben wieder raus damit wir alle daten haben so jetzt hat er selber alle daten wir sind ja hier mal hier reingehen oh schön da keine artefakte haben sehr sehr viele das passiert folgendes die artefakt daten bekommt ihr nur wenn der helper vor weight gestartet wird wir lassen sie noch mal noch mal starten ja der erste alber ist offen erholt sich jetzt die daten währenddessen und machen jetzt das gleiche noch mal wie ich starte jetzt in weight noch mal einen einen one moment so gehen wieder hin ich gehe jetzt hier rein weil hier kostet mich das nix ja also wenn ich wieder rein und raus gehe passiert nichts ich sehe schon um die champs sind schon da und welche artefakte auf welchem champ kommt das hole ich mir dann am ende eines ones so also so gehen wir mal den helper wieder groß solltet auch sehen wo wir eben keine artefakte hatten haben wir dann jetzt so weiter und dann sind die artefakte da also das heißt das ist der grund warum ihr keine artefakte bekommt so dann werde ich immer aufgefragt ja fabi kann man nicht noch das und kann man nicht noch jenes und wo erreiche ich dich denn wenn probleme sind ganz einfach ihr müsst nicht über youtube schreiben ihr müsst nicht versuchen mir e mails zu schreiben oder sonst was sondern geht einfach ganz simpel und banal in den discord server ich verlinke euch im discord server unter dem video auch noch mal neu und frisch dann geht ihr da einfach rein und dann holt ihr euch die die freigabe dort indem ihr dann eine zwei faktor identifizierung macht die das handy nummer die handy nummer die dort eingeben müsst die ist nur dafür da dass ihr euren account sichert nicht dass ich eine handynummer von euch bekomme ja weil ich das auch gefragt werde aber dann gibt es ein extra channel und zwar rsl helper deutsch und rsl helper englisch und je nachdem dort wird euch dann geholfen da könnt ihr noch eine fragen stellen und dann seht ihr auch immer wenn updates sind das wird euch das wird euch immer informiert und die werden dort immer informiert welche updates neu sind und was vor allem geändert wurde und wenn ihr probleme habt kann euch dort auch geholfen werden also in diesem sinne hoffe ich das mit dem video euch gezeigt habe wie das jetzt funktioniert ich meine eigentlich brauchen wir da gar kein video machen ich mache es trotzdem weil es tatsächlich immer wieder fragen gibt wie und warum ich war was ich denn machen muss also grundregel fall runterladen mit virus total prüfen damit es auch wirklich das richtige ist damit da sicher seid dass ich euch da nichts unter schiebe oder jemand anders vor allen dingen von mir selber ich check meine files vorher immer war jemand anders macht vielleicht nicht und das nächste ist dass ihr dann entweder kopiert in diese diese neue rsl bei ex in euer aktuelles installations verzeichnis wo rsl bei installiert ist bei euch schon oder wenn ihr eine neue installation macht einfach in einen ordner eurer wahl wo das fall dann auch liegen bleibt und damit hat sich das erledigt so das war's in diesem sinne wünsche euch einen geilen tag viel spaß mit dem tool und dann sehen wir uns im nächsten video oder im stream bis dann euer fabio ciao ciao